hier sind die batterien angekommen acht stück haben gesamtgewicht von 464 kilo die schleife jetzt mal in keller so habe ich die 55 kilo brüder in den keller geschleppt ist eine wahre pracht und macht richtig spaß das sind mal die stahl schränke wo ich die akkus untergebracht habe zwei stück jeweils vier akkus und zum stahl schrank ist ein meter 95 hoch 92 breit und ich glaube 35 oder 37 cm tief die stahl schränke sind offiziell nicht für die elektrotechnik gedacht sondern die sind als aktenschrank deklariert hier sieht man mal aus der nähe wie der akku oder drauf liegt auf diesem stahlblech da habe ich nämlich zur besseren gewichtsverteilung hier so eine siebplatte eingelegt die ist 91 zentimeter mal 35 zentimeter und da biegt sich überhaupt nichts mehr durch so ein akku hier ist ziemlich schwer wie 65 kilo und da ist schon sinnvoll wenn man das etwas verteilt das oberste fach habe ich immer noch genutzt hier in diesem fall ist destilliertes wasser drin zum warten der akkus und da hinten links im eck noch säure und die andere seite habe ich genutzt für die dokumentation die rechnungen alles habe ich darin aufbewahrt und hier auf der rechten seite hängt noch der kleine laderegler für den für die solaranlage vom treppenabgang und da es ja ein stahlschrank ist bietet sich das an eine information die man öfter braucht kann man hier ganz wunderbar mit magneten fest hier sieht man wie ich in den stahlschrank eingegangen bin das sind so ein schraubstutzen wie auf dieser seite sieht man die schön die gegen mutter die habe ich auch irgendwo im internet gekauft gibt es ja wie santer mehr so ein üblicher elektriker artikel vorne die beiden kabeln sind die batterie kabel die zum wechselrichter führen und da hinten sind die kabel kommt von dem kleinen solarfeld bei mir am keller abgang weil ja hier im schrank der kleine laderegler verbaut ist weil ich ja zwei schränke verbinden muss habe ich da einfach mal loch eingebohrt wird der stichsäge die sache vierig gemacht und dann einmal ringsum ein kantenschutz profil eingeklipst weil ich muss ja auch an die batterien im nachbarschrank kommen damit die schränke schön fest zusammen sind habe ich sie auch noch verschraubt mit sechs schrauben so bleiben die schränke schön zusammen hier sieht man mal die schränke normalen betrieb sieht der sehr diskret aus stören auch nicht weil sie ja nur 37 cm bautiefe haben ich finde es recht gelungene sache